Musik Hi meine Lieben, ich bin's Aure Dagi mit der lieben Lamia, bekannt als The Dorian auf YouTube und wir haben mal eine... Nicht lachen! Wir wollten mal eine Challenge machen und zwar die Two Minutes Make-Up Challenge. Und ja, wie man den Namen schon hört, man muss sich in zwei Minuten komplett schminken und es wird sehr schwer und wir haben jetzt einen treuen Assistenten bei uns, der die Zeit stoppen wird. Das ist die Hardcore Edition. Schlimmer als drei Minuten, oh Gott. Ja. Okay, dann fangen wir auch direkt mal an. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ach der Scheiße. Wir haben auch schon die Sachen vorbereitet, also die Produkte, die wir versuchen zu verwenden. Und... Ja, Ziel ist es ein ganzes Gesicht voller Make-Up zu haben. Ja, das wird was. Und es sollte gut aussehen. Okay. Okay. Auf die Plätze. Bäh! Ah ja! Auf die Plätze! Are you ready to rumble? Mach! Los! Scheiße. Scheiße. Man ist einfach unspiegelt, weil es sehr wunderschön ist und die Sachen haben. Oh! Hm. Du, Nass sind müß mich verpäppelig. Ach du Scheiße! 20 Sekunden. Komm! Gott ey! Geh Gott! Oh! Das krieg ich auch schneller hin. Niemals! Oh Gott! 35 Sekunden. Scheiße. Okay. Nitschatten. So. Äh, Augenbrauen. Boah, das ist so knapp. Dammit! Na, Augenbrauen, falsche Seite. Das ist nicht mal der Augenbrauenstift, den ich sonst verwende. Ich hab nur Puder und es dauert zu lange. Danke. Eine Minute. Oh Gott! Scheiße. Mein Haar fällt ab, mein Braun. Die Augenbrauen sind perfekt, dann geht's. Ja, ja. Ey, 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 Ey. So, ich weiß nicht, meine Arme verkrampfen immer. 1,25. 1,25. Oh, fuck, 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 oh. Zensiert! Oh Gott. 1,25. Au! Boah, der Eyeliner ist doch super geworden, Lucky. 1,45. Ja, los, 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 los. Go, go, go. Ich hab mich auch gesaubert. 1,50. Los! Lippe, Lippe, Lippe. Ich hab nicht so Lippe. Drei, eins. Ich hasse es. Scheiße, ich hab doch was für die Lippe. Sehr gut. Shit. Wie schön aus ist, hätte ich noch nie... Ich aussehe. Dein Eyeliner ist ja sogar perfekt. Also so richtig so... Tschick, tschick, ja. So Leute, das war's auch schon mit unserer Challenge. Also es war... Boah, es war sehr, sehr hektisch. Das ist das Endergebnis von uns beiden. Ja, sieht einfach ganz gut aus bei dir. Ja, bei dir aber auch. Dankeschön. Unser Eyeliner ist gerade. Kein, kein, kein Kriekelkrackel. Gar nichts. Ja, das liegt an den Stiften. Bei denen kann ich das immer. Bei den anderen sieht's immer scheiß aus. Das ist das Endergebnis. Wunderschön, ihr seht's. Und das ist mein Ergebnis. Ein totaler Fade. Timo, erklär uns die T-Sprache. Dude. T-Sprache? Ja, wir haben noch eine T-Sprache. Das ist unsere Sprache von mir, Dagi. Was det? Was det? Was det? Das ist T und die Sprache eigentlich. Hä? Was det? Ficken heißt Fitten? Fitten. Fitten. Jetzt wissen wir das.